Wir haben in den letzten zwei Folgen sogar schon zusammen ein paar Blümchen abgebaut und das machen wir jetzt auch noch ein bisschen weiter, weil wir wollen noch ein paar mehr Blümchen sammeln. Das ist wunderschön. Hallo. Was haben wir denn noch da? Seeds. Seeds können wir eigentlich auch gerade wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Die werden zwar immer wieder in unsere Inventory kommen, aber die werden wir nicht brauchen, weil Seeds haben wir auch genug. Wer hätte es gedacht? Mit einer Weizenfarbe haben wir genug Seeds. Die könnte man doch eigentlich theoretisch gesehen wieder umwandeln. Wenn das mich nicht täuscht. Ach, eine rote Blume. Okay. Brauchen wir nicht hingehen. Ich dachte schon gerade, da werden wieder Tulpen. Für Tulpen würde ich sogar den ganzen weiten Weg auf mich nehmen. Aber für... Für rote Blumen oder gelbe Blumen? Nö. So, da sind gelbe Blumen. Die wollen wir nicht. Da sind gelbe Blumen. Das ist orange. Also rot. Hier könnten noch Tulpen sein. Ich weiß aber nicht, was das für Blumen sind. Das ist jetzt die Frage, ne? Oder sind Kürze? Oder sind Kürze? Das sind rote und gelbe. Und Pferde. Also habe ich die fünf Schöne eingesammelt. Wo ist das denn? Das, das, das. Da hinten könnte was sein. Oder das war einfach nur gerade ein Schaf, das da... ...gefressen hat. Wahrscheinlich, ja. Das ist das Schaf hier. Du, du Schaf. Ach, hier ist es aber, guck mal, jetzt sind wir schon welche Blumen. Dann nehmen wir sie dann auch mal mit. Die nehmen wir auch mit. Ich meine, die können wir zwar nicht da reinsetzen, aber das spielt ja nicht so die Rolle. Dann haben wir sie auf jeden Fall mal da, wenn wir Farbstoff brauchen. So, wir könnten jetzt... Das wird wieder rot sein. Rot, gelb. Also wo wir halt jetzt hin können, wäre halt... ...richtung Dorf. Also erstmal hier zu diesem Dorf. Würde ich sagen. Das heißt, auch in diese Richtung. So ungefähr. So, ja, weil das sind alles hier rote Blumen, rote und gelbe. Die brauchen wir alle nicht noch zigtausendmal. Also guck mal, hier sind Tulpen. Da können wir gerade hier oben bleiben. Tju, zack. So, ja, rote, gelbe ist eigentlich schon rote und weiße. Rote und weiße Tulpen. Schneewelle können wir auch mitnehmen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir keinen Schnee. Damit haben wir die Tulpen auch schon wieder mitgenommen. Sehr schön. Rote Bete und Dings brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Die können wir nochmal. Pink Tulips, äh, Tulpen mitnehmen. Das ist gut. Pinke Tulpen. 31, 32, 35, 36. Nicht schlecht, der Specht. So, hier sind wir wieder rote Blumen. Die brauchen wir nicht. Whites brauchen wir auch nicht. Jetzt gelbes Glas. War mir schon mal drin. Gibt es überhaupt nur Softbefone? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben wir die geplündert. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Brewing-Stand. Bauen wir aber auch eigentlich nicht. Eigentlich sind wir nur auf Blumen in Suche. Also da ist wieder rot, da ist wieder alles andere. Das ist auch rot, das ist auch rot und gelb. Nur, das heißt wir müssen eigentlich auf dieser Seite wieder runter. Hier gibt es sogar einen Dorfbewohner. Cool. Habe ich nicht gedacht. Ich dachte, die sind alle ausverkauft. Hier gibt es auch eine Schiene. Habe ich damals hingesetzt. Wollt sie ja nicht wegschmeißen, ne? Habe ich nicht gesagt, dass die noch da steht. Also ein Dorfbewohner. Gut, wir hauen sie jetzt mal nicht. Das haben wir da. Da haben wir noch rot. Das sind Pilze, die wir auch irgendwann mal holen müssen. So, wir bauen erstmal kurz. Das da. Zack, die sind sogar Schweine. Die sind ein Brunnen. Naja, gut. Das ist okay. Können wir sogar Moorstein holen. Sogar Moorstein können wir. So, wir wollen aber weiter. Und zwar hier zu den Oxeye Daisies. Zu den Oxeye Daisies. Wunderschön. Haben wir schon Orangen. Ja, wir haben schon Orangetulips. Wir können auch mal kurz hier, äh, zack. Die so hinsetzen, wunderbar. Und wenn die mal hier. Mit einem White-Tool-Lips haben wir auch sehr schön. Das ist gut. Das haben wir eine kleine Vielfalt an Blumen. Eine kleine Vielfalt an Blümchen. Können wir hin und wieder mal nochmal so einen Seppling oder sowas austauschen. Oder eine Blume, die wir sowieso überall haben, weil wir es ja immer irgendwie haben müssen. Das ist schön. Das ist schön. Ja, komm. Da hoch gehen wir auch noch. Da hoch gehen wir auch noch. Wunderbar. Nehme ich mit. Dankeschön. Ah, das ist auch nur eine Tulpe. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die lassen wir doch nicht hier. Es sind sogar zwei. Hat sich der Weg sogar doppelt gelohnt. Hallo. Hat sich der Weg sogar doppelt gelohnt. Zack, weg damit. Super, wunderschön. Weg mit dir. Zack. Ja, genau. Kommt schon wieder ein Chicken. Ich habe zwei Eier gehoffen und zwei Chicken. Was soll das? Zwei Eier und zwei Chickens. So. Wo geht es dann den nächsten Blumen? Aber den rote Blumen. Wollen wir nicht mitnehmen. Dann gibt es hier links gelbe Blumen wahrscheinlich. Hier gibt es nochmal Azur, Bluett, Blümchen. Genau. Ja, einsammeln ist schon eine wichtige Sache. Das ist schon wichtig. So. Jetzt können wir eigentlich mal gucken, ob man irgendwo so eine Art Blumenwiese, also dieses Biome findet, aber ich glaube nicht. Also hier ist auf jeden Fall noch ein paar Orangenschuhblumen, da müssen wir auch mal hin. Eigentlich. Ja, da kann man sich ja gar nicht mehr entscheiden, wo man hin will, hier sind überall sind Blumen und das hat ja nie auf. Und ich glaube nicht mehr so eine Art Blumen, das nehmen wir mit, die können wir wegschmeißen, hier sind auch nochmal blaue Blumen. Zack, zack, zack. Nehmen wir die alle sehr gerne mit. Rote Blumen brauchen wir nicht, die haben wir mehr wie genug. Zack, zack, zack. Wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. Jetzt auch wieder blaue Blumen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alles klar, nehme ich mit. Das auch wieder. Weiß, warte mal, wenn wir jetzt hier diesen Weg, doch wir gehen jetzt hier diesen Weg, dann können wir wieder zurück. Wunderbar, passt, klar. Dass wir nicht so unnötig viele Strecken laufen müssen. Kostet ja auch Zeit. kostet ja auch zeit so wunderbar blumen 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 da ist noch gelbe und rote die brauchen wir nicht das ist gut wo müssen wir hin also hier sind da rote ist nur gelb ist in der rote rot ist orange ist rot so da könnte man jetzt hingehen da sind noch ein paar blaue hier können wir noch hingehen ja ja ist auch noch ein dorf wo wir nicht waren also wir können jetzt hier hingehen da gehen wir dahin da gehen wir dahin guter plan das ist ein sehr guter plan das man auch einmal hier oben drüber und wir können ja weiter fliegen wenn wir hier nichts sehen also hier sind auf jeden fall schon mal ja ein paar blumen zack zack wunderbar hallo ist noch mehr pferde das ist ja auch cool das ist ja auch cool so ja da müssen wir dann doch da hin den müssen wir doch hier hin der ist es mitnehmen wunderbar wunderbar alles klar nehme ich mit aber guck mal jetzt haben wir schon eins den hier voll ist auch gut das ist auch nicht schlimm äh da links könnten noch irgendwelche blumen sein genau das ist noch axi daisies die nehmen wir auch noch mit die nehmen wir auch noch mit 59 60 so die nehmen wir auch noch mit die eine blume und die nehmen wir auch noch mit die sind blau die nehmen wir auch mit 62 63 guck mal das geht doch gut was geht denn hier ab warum sind hier so viele peonis egal nehmen wir mit dann können wir sie schon mal ins neiger schmeißen sind schon mal da dann gehen wir jetzt da hin da können wir nicht gerade darüber laufen das ist eine gute sache aber nicht in das loch fallen nehmen wir mit und dann können wir auch aber wir können gar nicht mehr mitnehmen dann müssen wir erst mal schlafen gehen dann können wir ein kleines lägerchen aufbauen kurz und zwar zack 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 und zwar nehmen wir die und dann können wir nämlich hier einmal zack einmal blümchen reinschmeißen äh sunflowers haben wir auch nur die wir haben azur irgendwas zack zack können wir da reinschmeißen dann können wir die tulpen schon mal reinschmeißen wir können oxeye daisies hier reinschmeißen da haben wir ja oxeye daisies haben wir genug also ja genug nicht aber ein paar hier sind ein paar tulpen vier tulpensorten das ist nicht schlecht dandelion also dann haben wir den löwen ne wollte ich damit sagen nur mal so gucken was wir für neue blümchen hier kriegen wunderbar gelb ist da und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn es dir gefallen hat dann lass doch eine positive bewerbung da oder ein abo bis nächste folge tschau leute